Ich hab ja gesagt, so hinterm See, das kommt ja auch ganz gut, so. Stand da unten an der Straße so. Ich hab wirklich einen Drang, das mal zu testen, Alter. Ja, mach du. Na, ja, nee, das ist... Können wir einfach nicht sterben? Ah, shit. Nix passiert. Und? Nee. Aaaaah! 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 Ohohohoho, I'm a goner! Tega. Tega. Brother, look up! Let's do it. Let's go! Ohohoho. Tega, da, da, da. Ahh! Woooo! Wooohoo! Ah! Kaffee-Karte. Kaffee-Karte. Über mir. Bis oben. Kaffee-Karte. 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 Waren drei sind alle drei tot. Nice. Au. Okay. Au. Oh mein Gott. Bro. What? Ich bring dich. Was? 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 Was ist denn? Ich habe keinen Endschutz. Ach, wer braucht schon den Beta M4? Die Raider M4. Das ist die wahre M4. Gold Spawns und da haben wir auch was Glitzerndes. Oh, schnell. Oh, no. What? Was ist das Korzes? Hallo, hier wird nicht gehandelt. Ich hab ihn. Oh mein Gott, alter, what a sweet. Oh mein Gott, der Schuss. Noch ein Schuss. Noch ein Kill. Du hast ihn getötet. Maschine. Maschine. Schnell looten. Tausend Road, take me home. Wo sind die Scavs? Ich lasch alle ab. Ja, der ist obendrauf. Ja, genau da. Ich versuch den irgendwie zu flashen, Moment. Oh, ich hab ihn genaded. Oh mein Gott. Ungefähr Villa, ne, bissl weiter. Au, ja. Au. Ich bin tot. Vom Scav. Oh, lol. Ich geh halt noch weiter drauf ein. Ah, oh. Hab ich. Nice. Oh, alter. Warum sch- ey. Abwähl. Scav, down. habe ich gerade drei spieler und ein stress gehabt was ist denn scheißgeil du scheißgeil mann oh mein gott was ist mit ihm Junge was ist denn heute mit mir los gut dass du dir 45 mal die Beine brechen könntest so viele survival kits die du dabei hast das ist eine challenge so